Herzlich Willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hol schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Es geht heute um Oliver Pocher und auch Amira Pocher, die beide jetzt das Ehe-Aus verkündet haben. Wir sind getrennt, so titelt auch web.de, die Medien rasten aus, die nächste Promi-Trennung. Und ich dachte, wir gehen das mal miteinander durch, was es jetzt hier schon für Erkenntnisse gibt, da ich ja auch Oliver Pocher hier als Playlist habe und damals immer sehr regelmäßig auf seine Bildschirmkontrollen reagiert habe und auch die Beziehung von den beiden so mitverfolgt hatte, dachte ich, passt das hier vielleicht auch nochmal als Video. Über ihre Ehekrise haben Amira und Oliver Pocher regelmäßig auch in ihrem Podcast gesprochen. Nun gaben sie auch an diesem Format die Ehe aus bekannt. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet. Und ja, durchaus interessant gewesen, was jetzt zu den letzten Wochen für eine Dynamik zu spüren war. So anscheinend war da irgendwie die ganze Geschichte schon am Argen. Sie hatten ja auch in ihrem Podcast darüber gesprochen. Und ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, weil sie hat ihn auch, finde ich, ganz schön schlecht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, da gab es schon so Äußerungen, wo ich sage, heftig. Also sie sprach ja schon davon, ja, die nächste wird wieder so eine ganz Jungsche und du bist ja gar nicht reif genug und Co. Also sie war ja anscheinend sehr angetan von ihm, dass sie sich hat schwängern lassen und auch, ja, ehelichen. Und ich finde es immer so ein bisschen fies, wenn man dann den Männern immer die Schuld gibt. Immer sind es die bösen Männer und das geht mir so langsam ein bisschen auf den Keks. Also eine Beziehung geht immer von zwei Seiten aus und sowohl Oliver Pocher als auch Amira Pocher werden ja wahrscheinlich ihren Teil dazu beigetragen haben. Und wenn er ihr zu unreif war, dann hätte er wahrscheinlich auch nicht sie überzeugt. Abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich dann sich auch hinterfragen lassen muss, was hat sie denn überzeugt? Die Reichweite und das Geld oder nur der Humor oder was war denn jetzt so anziehend? Denn man muss auch sagen, ihre komplette Reichweite hat sie Oliver Pocher zu verdanken. Die ganzen TV-Shows, wo sie mitgewirkt hat, war sie der Sidekick oder jetzt auch die Moderation, wo sie auf Vox gearbeitet hat. Ja, ist dank schlechter Quoten auch schon wieder abgesetzt. Also wie gesagt, man muss dann auch immer sagen, ja, man hat jetzt nicht das größte Talent und hat viel Glück gehabt, dass man jetzt auch einen Mann hat, der ein bisschen Geld verdient hat und auch ein bisschen Reichweite und kann da auf Instagram mit relativ wenig können Geld verdienen. Also ich finde es so ein bisschen schwierig. Ich fand sie sonst immer recht sympathisch, aber die letzten Äußerungen fand ich teilweise ein bisschen hässlich. So charakterlich gesehen. Aber gut, dann geht es hier weiter. Seit Wochen gibt es Berichte über die Ehekrise bei Amira und Oliver Pocher. Auch in ihrem gemeinsamen Podcast, die Pochers, waren die Schwierigkeiten immer wieder Thema. Nun haben die beiden das Format genutzt, um ihre Trennung öffentlich zu machen. Das berichtet die Bild-Zeitung vorab. Die neue Ausgabe des Podcasts erschien früher als gewöhnlich auf der Plattform Podimo und ist bereits seit Donnerstagmittag verfügbar. Oliver Pocher sagt in der Folge, nachdem das Paar über die Trennung der Influencer Lisa und Lena Mantler gesprochen hatte, Trennung ist doch ein schönes Stichwort. Typisch Oliver Pocher-Humor. Amira Pocher verkündet Trennung. Nach kurzem Hin und Her verkündet Amira Pocher das Endgültige aus. Wir dachten uns, dass wir das hier auf diesem Wege wahrscheinlich am besten sagen können. Wir sind getrennt. Walter sagt ja, die 30-Jährige, hoffentlich kriegen wir das hin und werden weiterhin ein Team sein. Wir sind für euch weiterhin als Podcast-Team da, privat nicht mehr. Außer, dass wir natürlich Eltern wundervoller Kindern sind. Ja, dass es natürlich von wundervollen Kindern sind. Und das ist natürlich dann auch die Hauptsache, dass sie sich um die Kinder kümmern und auch keine Schlammschlacht draus machen. Klar war das jetzt für meine Formate super, wenn die sich jetzt gegenseitig biefen. Aber ist ja so dann doch netter. Ja, Trennung ging nicht von Oliver Pocher aus. Das ist ja auch nochmal ein deutliches Zeichen. Oliver Pocher scheint keine Befürworter der Trennung gewesen zu sein, wie er durchblicken ließ. Ich kann da ja gar nicht mehr dazu sagen. Ich will auch gar nicht keine Glückskickskloskeln verbreiten oder pathetisch sagen. Wir bleiben für immer verbunden. Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist. Das muss man jetzt auch hinnehmen. Amira und Oliver Pocher lernten sich vor sieben Jahren kennen. 2019 folgte die Hochzeit auf den Maliodiven. 2019 und 2020 kamen ihre beiden gemeinsamen Söhne auf die Welt. Und ja, dann kam es zur Trennung. Ja, auf jeden Fall heftig. Und auch krass, dass anscheinend Oliver Pocher die Trennung gar nicht wollte. Das wirft natürlich jetzt auch wieder Fragen auf. Was war jetzt der Grund? Und ich muss sagen, dass die Beziehung, und ich blicke da natürlich, und keiner von uns hat das Recht, jetzt darüber zu urteilen, aber ich finde, dass grundsätzlich Beziehungen und Ehen, die geschlossen werden, und ich sehe das auch bei meinen leider Kumpels, Freunden, Freundinnen, Bekannten, sehr schnell auch beendet werden heutzutage. Und das finde ich sehr schade, weil wenn man eine Beziehung eingeht, dann ist das das eine und dann kann man sich natürlich auch trennen. Auch bei einer Eheschließung ist das natürlich auch richtig, wenn man tot unglücklich ist und einfach nicht zufrieden. Mir steht es natürlich jetzt aus der Ferne nicht zu, darüber zu mutmaßen, was jetzt der Grund für die Trennung gewesen sein könnte. Es gibt absolute No-Gos, versteht mich nicht falsch, also es gibt Momente im Leben, man wird bedrohen oder es gibt Handgreiflichkeiten oder der Mensch, mit dem man zusammen ist, ist absolut toxisch oder charakterlich total schwierig oder man hat sich in eine ganz andere Person verliebt und der Mensch verändert sich und das nicht zum Guten und man ist unglücklich. Und das über eine längere Zeit, dann darf man auch sagen, okay, wenn man das angesprochen hat und versucht hat zu klären und es kommt zu keiner Besserung, dass man sich dann vielleicht auch trennt. Allerdings finde ich das immer schon ziemlich krass, jetzt rein oberflächlich sah das jetzt bis vor einer Weile noch gar nicht so aus, dass die beiden so unglücklich sind. Beide sind ja mit ihrem Podcast zumindest erfolgreich und ziehen das da zusammen durch, sogar vor Publikum. Beide hatten auch eine Show, beide haben zwei Kinder, sie hat enorm von seiner Reichweite profitiert, das muss man auch so deutlich sagen. Und ja, von daher finde ich das jetzt schon so ein bisschen krass, dass das jetzt anscheinend beendet ist, die ganze Beziehung. Denn eigentlich oberflächlich, die haben Geld, wir haben Erfolg, wir haben viele Möglichkeiten, hätte man vielleicht auch noch daran arbeiten können, gerade wenn die eine Seite vielleicht noch möchte. Aber klar gibt es vielleicht auf der anderen Seite keine Gefühle mehr oder weiß der Teufel, es kriegt aber irgendwie immer so ein, weiß ich nicht, irgendwie verstehe ich das dann immer nicht so ganz. Also wie gesagt, ich möchte mir da jetzt kein Urteil bilden, vielleicht ist Olli auch ein ganz, ganz schwieriger Gesell, viele mögen ihn ja sowieso nicht. Und ja, wenn er da seinen Humor hat, kann das bestimmt auch nerven, die Sprüche täglich abzubekommen und so eine Schlagfertigkeit die ganze Zeit in Gesprächen. Ich habe ihn aber meist auch recht aufgeräumt in so Talkshows gesehen und ich glaube, mit ihm kann man sich auch normal, rational unterhalten. Und ja, keine Ahnung, auf jeden Fall scheint die Beziehung von ihr aus jetzt beendet worden zu sein, er wollte das wohl so nicht. Und am Ende ist es halt schade für die Kinder, weil die im Prinzip das jetzt als Trennung wahrnehmen und ja, noch so klein sind und ihre Eltern im Prinzip nur noch getrennt als Paar erleben. Das kann funktionieren, aber ist natürlich für die Kinder dann auch manchmal ein bisschen schwieriger. Nun gut, wir werden sehen, wie das Ganze weitergeht und man hat auf jeden Fall gemerkt, dass von Amira so ein paar Sticheleien losgingen. Vielleicht gibt es da auch noch so ein bisschen hin und her die nächsten Wochen. Ich bleibe auf jeden Fall dran für euch, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Und ich freue mich auf jeden Fall über jedes kostenloses Abo. Ich drehe hier jeden Tag für euch Videos. Es kommt immer um 12 Uhr, manchmal sogar um 18 Uhr noch ein zweiter Upload und am Sonntag um 9 Uhr pünktlich Videos. Das soll es dann für heute schon gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao. Bis dann und ciao.